Hallo, ich bin Tim Enderlin von ImmoGroß und heute zeige ich euch dieses wunderschöne Einfamilienhaus in Schlingen mit sechs Zimmer inklusive Einlegerwohnung. Im Erd- und Obergeschoss findest du helle und einladende Wohn- und Schlafzimmer. Die durchdachte Raumaufteilung macht dieses Haus besonders attraktiv für Familien. Besonders schön sind diese beiden Terrassen, welche einen herrlichen Ausblick auf die Natur bieten. Die Kinderzimmer sind bereits optimal eingeplant. Zwei moderne Bäder und ein separates Gäste-WC bieten zusätzlichen Komfort. Ausубein Auslund 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 Untertitelung. BR 2018 Für deine Fahrzeuge findest du viel Platz im großzügigen Innenhof. Im Untergeschoss gibt es eine separate Einliegerwohnung mit eigener Terrasse, ideal für Gäste, Großeltern oder zur Vermietung. Du hast viele Möglichkeiten. Fliegen bietet dir eine ruhige und ländliche Umgebung, perfekt für Naturliebhaber. Gleichzeitig bist du schnell im Zentrum, wo du alle wichtigen Einrichtungen findest. Wenn dir dieses Haus genauso gut gefallen hat wie mir, dann melde dich gerne bei uns. Ich freue mich, dir dein neues Zuhause persönlich zeigen zu dürfen. Untertitelung. BR 2018